Und das ist einer der ganz, ganz schnellen. Kroon, Weiss, Tonega, drei Runden noch. Und hinten ist das Tempo jetzt extrem hoch. Rasmus Pedersen von vorne. Zwei Runden noch. Tonega, Kroon, Weiss, Jamie Murphy. Man kann die Dücke noch nicht schliessen können. Eben noch von vorne, Rasmus Pedersen im Feld. Ja, das wird schwierig für das Trion der Spitze. Kroon, Weiss, und dann Jamie Murphy. Jetzt geht es in die letzte Runde. Und von hinten, nach dem Abbrausen, der fällt immer noch von vorne. Rasmus Pedersen, der fährt schon dreieinhalb Runden von vorne. Pedersen, ohne Cogulé, ohne Landau. Ein Britten, jawohl. Es ist die Nummer 68, Oliver Woods, der 25-Jährige. Der sich hier durchsetzt. Oliver Woods, Gewinner dieses spannenden Scratch-Races. Animiert durch Fabian Weiss, die in den Lades. Rausen, der fällt immer noch von vorne. Rasmus Pedersen, der fährt schon dreieinhalb Runden von vorne. Pedersen, ohne Cogulé, ohne Landau. Ein Britten, jawohl. Das ist die Nummer... Das ist die Nummer... Das ist die Nummer... Angie Neckern. Die Nummer 49, www.fest protector- nearest Rabahal